Frostig ist es hier in Bayern, minus 5 Grad. Ich stehe hier draußen für euch vor der Kamera. Nicht aber alleine, denn hier steht der Peugeot 508 vor der Kamera in einem schönen Perlmutt-Weiß, Metallic, passend zur winterlichen Landschaft hier in Oberbayern. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, um die Wetterverhältnisse, sondern tatsächlich hier um dieses Fahrzeug. Der Peugeot 508, der stand hier bereits auch schon mal vor der Kamera. Heute soll es aber darum gehen, was hier besonders unter der Motorhaube sich befindet, denn wir fahren den Plug-in-Hybriden. Plug-in-Hybride sind ja aktuell in jeder Munde, natürlich aufgrund der Umweltförderungen durch den Start. Wir wollen heute einfach mal herausfinden, wie gut ist denn der Plug-in-Hybrid in der Peugeot 508 Limousine und gibt es dafür eine Kaufempfehlung von meiner Seite oder nicht. Dazu schauen wir uns den Wagen von außen an, wir schauen ihn uns innen an, die Platzverhältnisse. Wir fahren ihn natürlich auch und wir schauen auch, was die elektrische Reichweite anbetrifft, sowie am Ende natürlich mein Fazit, wenn ihr dranbleiben wollt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dazu habt ihr jetzt Zeit. Das Ganze würde meine Arbeit natürlich ein wenig honorieren. Gerne auch liken und teilen das Video, aber vor allem kommentieren, denn eure Meinung ist mir besonders wichtig. Und jetzt geht es los mit dem Peugeot 508 als Limousine und Plug-in übrig. Zunächst einmal schauen wir uns das Design des Peugeot 508 als Limousine. Ich persönlich finde, das Fahrzeug ist eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste in der Mittelklasse derzeit. Mir gefällt vor allem das neue, mit ihm eingeführte Design der Marke Peugeot sehr gut. Man erkennt es ganz klar sofort an diesen Säbelzahnartigen Tagfahrlichtern. Wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer verbaut, ab Werk beim Plug-in-Hybriden, denn der kommt bereits in der Aufstattungsvariante Allure dazu. Es gibt da noch Allure-Pack oder GT und GT-Pack. Dass wir hier den GT-Pack haben, erkennt man eigentlich nur daran, dass der Kühlergrill hier diese, ja, so ein Zielflaggenmuster quasi aufweist mit diesen Chrom-Applikationen im Kühlergrill. Was auch hier vorne zu erkennen ist, hier unten ist eine kleine Kamera drinnen. Wofür ist die Kamera? Für unseren Nachtsichtassistenten. Wir haben hier eine Nachtsichtkamera verbaut, die eine Wärmebildkamera agiert, so dass man dann auch während der Fahrt die Informationen bekommt, wenn sich Personen oder Tiere auf der Fahrbahn oder am Fahrbahnrand befinden. Die werden dann auch markiert und das seht ihr gerade, wie das Ganze aussieht. Und ansonsten, hier unten der Abstandsregel-Tempomat, hier haben wir den Radar drinnen. Das Fahrzeug verfügt natürlich über teilautonome Assistenzsysteme. Wir können also teilautonom auf diversen Strecken unterwegs sein. Funktioniert auch sehr, sehr gut, das können wir gleich sagen. Was mir auch eben gut gefällt hier, der Peugeot 508 als Limousine ist im Grunde genommen eher so eine Art Limousinen-Coupé. Eingeführt hat es für mich der Volkswagen Passat CC damals. Dann hat es BMW auch adaptiert auf ihre sogenannten Grand-Coupés. Und bei Peugeot nennt sich das Ganze schlicht und ergreifend Limousine. 4,75 Meter ist er lang und wie wir sehen, mit 1,40 Meter nicht sonderlich hoch. Weiter aber, sehr schön auch zu sehen, wir haben hier rahmenlose Fensterscheiben. Was dafür sorgt, dass natürlich ein bisschen erhöhte Windgeräusche zu verzeichnen sind. Stören aber nicht, dafür sind sie optisch durchaus ansprechend. Im Winter jedoch gibt es wieder ein kleines Problem, da frieren die Scheiben sehr, sehr gerne fest. Da sollte man dann vielleicht ein bisschen was an den Gummidichtungen einschmieren. Dass wir in Hybrid fahren, erkennen wir hier an unserem schönen Hybrid-Schriftzug, der hier leicht eingefroren ist. Und hier ist die Ladeklappe für den Stromanschluss. Unser Fahrzeug steht hier übrigens auf 18 Zoll Winterrädern. Die kommen ab der Allure-Ausstattungsvariante auch in Serie mit dem Peugeot 508 als Limousine oder aber als Kombi. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich jetzt uns noch das Heck an. Hier sehen wir auch eine wunderschöne Grafik mit diesen Krallen, die wir hier haben. 3x3, also 9 Krallen pro Scheinwerfer. Zwei Endrohre, die wir hier haben. Das ist auch kein Fake, wohlgemerkt. Das sind echte Auspuff-Endrohre für den Antrieb, der unter der Motorhaube steckt. Und jetzt würde ich aber sagen, wir schauen einmal, was sich hinter der Heckklappe verbirgt. Vergessen hatte ich euch zu erwähnen. Solltet ihr das Fahrzeug entriegeln, gibt sich erst einmal eine schöne kleine Leuchtgrafik die Ehre und begrüßt euch, dass ihr euch eurem Fahrzeug nähert. Ein weiterer Druck auf den Schlüssel öffnet dann die elektrische Heckklappe. Hinter der verbirgt sich ein 487 Liter großer Stauraum, der erweiterbar ist durch eine 60 zu 40 geteilt umlegbare Rücksitzbank auf 1573 Liter im Maximum. Wir sehen, wir haben einen sehr breiten Laderaum, auch recht tief. Da geht wirklich gut was rein. Kindersitz, Entschuldigung, Kinderwagen in dem Fall bei mir, gehen wunderbar hinein. Auch ein Koffer oder Tasche passt da sehr schön rein. Wir haben hier noch so eine kleine Hutablage drinnen, die wir auch rausnehmen können. Zusätzlich Taschenhaken auf der rechten Seite, 12 Volt Buchse auf der linken Seite. Und von der Fokal-Soundanlage haben wir dann noch den Subwoofer hier verbaut. Was verbirgt sich hier unter dem kleinen Staufach? Da passiert nicht mehr viel, denn genau da ist dann auch die Antriebsbatterie zu finden für den Plug-in-Hybriden. Also kein doppelter Laderaumboden, sondern lediglich ein kleines Ablagefach für die Warndreieck, Verbandskasten und noch das Reserverad-Kit. Also in dem Fall ein Tire-Fit-Kit. Wie wir sehen, haben wir eine sehr, sehr breite Ladekante hier mit dem Stoßfänger zusammen, die auch ungeschützt ist. Will heißen, das wird wahrscheinlich, wer wirklich häufig transportiert, etwas ramponiert ausschauen. Finde ich sehr schade. Die Heckklappe ist in der Höhe nicht einstellbar. Also da muss man sehr gut aufpassen, wenn man denn die elektrische Heckklappe öffnet. Nicht, dass sie irgendwo gegenknallt. Ansonsten ist der Kofferraumdeckel schön im Eimer. Wäre schade drum, denn hübsch schaut es aus. Klar, sonderlich hoch können wir nicht bauen aufgrund der Bauform, des flachen Hecks. Aber Schönheit ist halt doch mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden. Und ob das auch auf der Rücksitzbank so ist, das sehen wir uns jetzt an. Beim Zustieg in den Fond der 508 Limousine muss man sich schon ein wenig bücken vom Kopf her und den einziehen. Denn die Dachlinie hier ist deutlich nach unten gezogen. Das ist so ein bisschen, das Dach hat tatsächlich so eine Schutzhelmfunktion. Also nicht gerade, sondern wirklich zieht man noch so ein bisschen ein Stück runter. Das fällt hier so auf. Das sorgt dafür, dass der Kopf hier so gut ganz angelehnt werden kann an dem Dachholm. Sorgt aber auch dafür, dass das Ganze von der Fensterlinie ein bisschen eingeengt ist. Also man guckt hier schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, eingeschränkt da raus. Vor allem als erwachsene Person, da guckt man dann so ein bisschen eher, man muss sich ein bisschen bücken, um rauszugucken. Für Kinder ist das auch schon so ein Thema. Die fühlen sich hier auch nicht so hundertprozentig wohl, weil die Fensterflächen etwas kleiner sind. Kindersitze aber können hier wunderbar untergebracht werden. Wir haben Isofix an den Außenpositionen mit Top-Titer. Zudem sind die Isofix-Zugänge ganz ordentlich. Da ist ein Reißverschlusssystem dahinter. Zwar am Anfang erstmal fummelig, wenn man aber dann des Öfteren den rein und raus getan hat, den Kindersitz, dann ist das auch ein bisschen ausgeleiert. Das Leder, dann dehnt sich das und dann passt es wunderbar. Der Sitzkomfort ist ebenfalls sehr vorzüglich, muss man sagen, für die Außenpositionen zumindest. Denn dann sieht man auch, die Rückbank ist explizit für die Außenpositionen ausgeformt. Es ist eine wunderschöne Polsterung, die hier bei der GT-Ausstattung vorhanden ist. So eine Stoff-Leder-Kombination, die mir unheimlich gut gefällt. Auch so mit kupferfarbenen Kontrastnähten, die hier überall verbaut sind. Das kupferfarbene ist ja auch immer so ein Detail für die GT-Line oder eben das GT-Pack-Version. Die Kniefreiheit ist ausgezeichnet für meine Größe von 1,78. Der Vordersitz ist auf die Größe eingestellt. Hier nach oben, ja, da passt dann gerade so eine Faust, seitdem ich gehe nach hinten. Da merkt man, es wird deutlich enger. Wer also deutlich über 1,80 ist, der wird hier Probleme kriegen mit der Kopffreiheit. Keine Probleme gibt es mit der Fondsklimatisierung. Wir haben hier Luftausströme in der Mitte, sowie zwei USB-Anschlüsse. Dafür gibt es den Daumen nach oben. Und jetzt schauen wir nach vorne. Beim Einstieg in den Fond muss man sich erst einmal vor dem Peugeot verbeugen. Das heißt, Kopf einziehen, wenn man denn hier reinkommt. Denn auch hier ist die Dachpartie sehr niedrig. Und ebenfalls diese Dachkonstruktion so ein bisschen runtergezogen. Wir haben hier sehr breite Holme, was natürlich die Crash-Sicherheit erhöht, dennoch aber den Zustieg ein wenig einschränkt. Sitzen tue ich hier auf wunderbaren Sportsitzen. Die sind optional sogar mit einer Massagefunktion ausgerüstet, sind AGR-zertifiziert. AGR, Aktion gesunder Rücken. Das heißt, hier reist man auch mit Rückenproblemen sehr vorzüglich. Lange Strecken, das kann ich euch jetzt sagen, am Stück mit 800 km sind hier gar kein Problem. Man steigt sehr entspannt aus. Die Sitzposition ist ebenfalls gut. Man sitzt angenehm niedrig, wenn man das möchte. Allerdings gibt es so ein kleines Problem. Das bezieht sich aber dann auf die Innenraumarchitektur, die wir uns gleich anschauen. Das Lenkrad ist wunderschön klein ausgeformt, oben und unten abgeflacht. Und lässt sich auch schön in Höhe und Tiefe einstellen, so wie wir uns das wünschen. Man muss sich erst einmal daran gewöhnen, dass das Lenkrad sehr niedrig ist. Und wo er vor allem niedriger positioniert ist. Aber auch das hat man nach einer kurzen Zeit raus. Ebenfalls die breite Mittelkonsole schränkt so ein bisschen die Bewegungsfreiheit des rechten Knies ein. Dennoch aber, Kopffreiheit ist hier vorne ohne Panoramaglasdach vorzüglich. Da gibt es keine Probleme und ebenfalls der Sitzkomfort, wie schon erwähnt, sehr, sehr gut. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal die Innenraumarchitektur an. Hier fällt als erstes einmal auf, dass wir nun einen Armaturenträger haben, der zweigeteilt ist. Wir haben hier oben einen Bereich und wir haben hier unten einen Bereich. Das ist typisch Peugeot und Peugeot nennt das ganze i-Cockpit. Das besteht eben aus einem zum Fahrer hin orientierten Armaturenträger, sowie dem Thema eines sehr kleinen Lenkrads vom Durchmesser, das niedriger positioniert ist und der Blick eben auf das Kombi-Instrument über das Lenkrad fällt. Genau da liegt auch immer so ein bisschen ein kleines Problem bei vielen Fahrern. Denn nicht jeder sieht dieses Kombi-Instrument komplett. Ich persönlich habe das Problem, dass mit meiner Lenkradeinstellung es meist so ist, dass ich im Sitz sitze und gerade den Tachostand Electric, da unten die untere Ebene, nicht sehen kann. Ist jetzt für mich persönlich nicht allzu dramatisch. Man gewöhnt sich dran, aber es gibt halt auch Leute, die wollen den Blick so nicht haben. Muss man aber auch verstehen. Das Kombi-Instrument ist aber voll digital ab Werk, ist auch komplett schön aufgelöst. Da gibt es keine Probleme. Die Bedienung gibt auch keine Rätsel auf. Wir haben hier ein Multifunktions-Lenkrad. Links die Thema Sprachbedienung, Laut- und Leiser-Regulierung, sowie hier die Telefonbedienung oder Audio-Skippen von Tracks. Das hier links, die Walze, die sorgt dafür, dass man die einzelnen Ansichten des digitalen Kombi-Instruments wechseln kann. Zwischen zum Beispiel Energieverbrauch. Man kann es auch minimalisieren. Für eine Nachtfahrt ist das sehr anzuraten zum Beispiel. Es gibt auch eine Personalisierungsmöglichkeit. Das kann man dann alles über den Mediabildschirm einstellen. Wie man dann die Aufteilung der einzelnen Tuben hier haben möchte. Es gibt auch eine Navigationsansicht mit Kartenansicht. Das ist auch sehr gut gelöst, finde ich. Fahrhilfen oder eben dann natürlich die normalen Anzeigen. Kommen wir zur Mittelkonsole. Hier haben wir ein 10 Zoll großes Display, das eben etwas niedriger positioniert ist, als wir es von anderen Fahrzeugherstellern kennen, die das Ganze eher nach oben bauen. Hier ist es unten eingelassen. Finde ich aber auch recht schön integriert. Dennoch merkt man, dass hier der Blick eher nach unten gerichtet wird und somit vom Verkehrsgeschehen ein wenig weg geht. Die Klaviertasten hier mag ich sehr gerne. Das sind die Direktwahl-Tasten für Audio, Klimasteuerung, Navigation, Fahrzeugeinstellungen, Telefon oder Apps, beziehungsweise hier noch Energiefluss. Darunter kapazitive Felder für Sitzheizung und noch Klimafunktionen. Wir können hier auch das Klima direkt deaktivieren, die Klimaleistung, was gut funktioniert, ehrlich gesagt. Und wir haben hier noch einen, ja ganz normal, physischen Lautstärkenregler. Das finde ich gut. Wir haben auch hier sehr schön die Warmblinkanlage und den Zentralverriegelungsknopf sehr zentral untergebracht. Das sind ja beides Knöpfe, die mir sehr wichtig sind, gerade wenn sich das Fahrzeug verschließt, dass man da eben recht schnell hinkommt oder im Gefahrenbereich wunderbar direkt auf die Warmblinkanlage kommt. Die Mittelkonsole ist sehr breit ausgeformt, sagen wir es mal so. Der Startknopf sitzt hier, der Fahrmodi. Bei den Fahrmodi gibt es die Möglichkeit zwischen Electric, in dem er immer startet als Plug-in-Hybrid, dann den Komfort, den Hybrid-Modus und den Sport-Modus. Dann haben wir hier den Stick für das Bywire-Getriebe, 8-Gang-Wandler-Automatik, eine elektronische Parkbremse, aber ohne Auto-Hold-Funktion. Dann haben wir hier die aufpreispflichtigen Holzleisten verbaut. Die fühlen sich auch gut an, haben so eine schöne Struktur, wirken jetzt auch nicht billig. Dann haben wir hier ein Ablagefach mit einer 12-Volt-Steckdose und zwei Cupholder, sowie ein großes Ablagefach hier in der Mitte, was auch gleich die Armlehne ist. Alles sehr angenehm hoch positioniert, sodass der Arm auch wunderbar hier schön ruhen kann. Jetzt sicherlich von einem die Frage, wo ist denn das Telefon untergebracht? Das ist hier unter der Mittelkonsole untergebracht. Da ist eine induktive Ladefläche und ein USB-Anschluss für Apple CarPlay oder Android Auto für das Infotainment-System. Finde ich jetzt nicht so optimal gelöst. Zumal man dann das Kabel da unten ein bisschen reinfummelt. Ich hatte mir mal sagen lassen, es soll hier irgendwo eine Durchreichmöglichkeit finden, habe sie aber ehrlich gesagt bis dato nicht gefunden, wo ich mein Kabel hier durchfieseln kann. Schauen wir nochmal kurz auf den Armaturenträger. Das hier ist natürlich dann eine riesige Fläche, die gerne mal so ein bisschen zustaubt, aber es ist schön abwaschbar. Die Materialien, wie schon gesagt, sind hochwertig, gut gemacht mit so einer Doppelzirnaht. Schaut auch sehr schön aus. Wir haben da unten noch das Handschuhfach drinnen. Und auch die Türtaschen sind ein wenig ausgepolstert, sodass da nichts klappert. Jetzt würde ich aber sagen, wenn wir schon dabei sind, schauen wir nochmal unter die Motorhaube, denn da steckt ja das wesentliche Herz hier für dieses Fahrzeug. Und da schauen wir jetzt nochmal rein. So, für euch habe ich mich gerade mal wieder angezogen, denn wir schauen uns ja jetzt erst einmal die Antriebseinheit hier unter der Motorhaube an. Erst einmal müssen wir hier immer reingreifen und... Tada! Zwei Haubenlifter. Es geht doch. Mensch, es gibt Hersteller, die da immer noch drauf verzichten und es gibt Hersteller, die bauen sogar zwei statt nur einem ein. Gut, Peugeot hat das getan, aber gut bei einem Fahrzeug, was den Listenpreis hat. Hier über 50.000 Euro kann man das durchaus auch mal machen, finde ich. Schauen wir aber erst einmal die Technik an. Was haben wir denn hier unter der Haube? Unter der Haube haben wir einen PureTech Motor. PureTech heißen die ganzen Benzin-Triebwerke bei Peugeot. Und hier steckt ein 133 kW starkes Triebwerk unter der Haube, was gekoppelt wird mit einem 81 kW starken Elektroantrieb, der hier auch an der Vorderachse sitzt. Und eine Systemleistung dann von 165 kW ermöglicht und 360 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Was bedeutet das auf der Straße? Ihr könnt maximal in 7,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen. 240 Stundenkilometer ist das Gesamtpaket dann auf der freien Autobahn schnell unterwegs. Und wenn ihr rein elektrisch fahren wollt, dann geht das bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 135 Stundenkilometer. Kommen wir zum Thema Akku, was ja natürlich ganz wichtig ist. Wir haben eine 13,2 kWh fassende Antriebsbatterie hinten an der Hinterachse platziert, die ein nutzbares Volumen von 11,5 kWh besitzt. Rein elektrisch soll der Peugeot 508 als Hybrid rund 50 Kilometer weit kommen. In der Praxis jetzt bei Temperaturen zwischen minus 5 und plus 4 Grad war lediglich eine Reichweite von ungefähr 25 bis 30 Kilometer möglich. Aber gut, auch hier ein Thema, wer den Wagen nicht vorkonditioniert und eine Wallbox zu Hause hat, der wird halt schlicht und ergreifend mit solchen Reichweitenverlusten stark bestraft. Wenn ihr den Akku laden wollt, was ihr könnt mit dem Antrieb, dann wird das kleine Motorchen natürlich zum kleinen Säufer. Zieht euch den kleinen Sprittank sehr schnell leer, denn dann haben wir einen Spritverbrauch von rund 12 bis 13 Liter, wenn ihr den Akku damit laden wollt. Also lieber Stecker hinten rein und das Ganze in 6 Stunden an der Haushaltssteckdose laden oder an einer Wallbox mit 3 Stunden 20. Wenn ihr nur mit dem serienmäßigen verbauten 3,6 Kilowatt Onboard Lader ladet, so rum, wenn ihr dann aber den verstärkten 7,6 kW Lader nehmt und dann eine Wallbox entsprechend oder eine Ladesäule nehmt, dann sind es 2 Stunden 45 bis das Akkupaket voll ist. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fahren mit dem vollen Akkupaket los und dann gibt es den Fahreindruck. Dynamische Optik trifft komfortables Fahrwerk. So würde ich das ganz gut charakterisieren, wie sich der Peugeot 508 denn fährt. Denn optisch, haben wir ja schon gesehen, macht der Wagen echt was her. Beim Fahren ist es dann so, naja, die sportlich dynamische Fahrweise mag er jetzt nicht unbedingt. Woran liegt es denn? Ja, zum einen sicherlich am hohen Leergewicht. Wir haben hier dank des Plug-in-Hybriden einen Wert von über 1,8 Tonnen leer stehen. Und dann kommt natürlich noch dazu, Fahrwerk und Lenkung sind ja entscheidend hier. Bei der Lenkung ist es so, die ist sehr leichtgängig. Zwar recht direkt, aber eben wenig mitteilungsfreudig über den fahrbaren Kontakt. Zusätzlich sind die Federdämpfer-Elemente eher komfortabel ausgelegt worden. Das heißt, das Fahrzeug spricht gut auf Boden-Ebenheiten an, federt angenehm nach. Wellen wunderbar werden perfekt gedämpft. Optional könnt ihr ein adaptives Dämpfer-System kaufen. Würde ich euch sogar empfehlen, weil dann könnt ihr nochmal den Bereich des Komforts noch ein bisschen nachschärfen. Und das passt dann zum 508 auch nochmal deutlich besser in meinen Augen. Die Reichweite im winterlichen Betrieb, so wie ich ihn jetzt hatte, Temperatur-Range lag hier bei minus 6 bis etwa plus 4 Grad. Da ergab sich dann eine Reichweite von ungefähr 26 bis 30 Kilometer, rein elektrisch. Und wenn wir dann den Verbrenner noch hinzunehmen, dann hatte ich jetzt einen Gesamtverbrauch über meinen 14-Tage-Testzeitraum. Wobei aber, da sehr, sehr viel Autobahn dabei war, weil das Auto eben wieder zum Hersteller zurücküberführt wurde. Und das waren jetzt einfach mal 800 Kilometer am Stück Autobahn. Da lag der Durchschnittsverbrauch dann eben bei knapp unter 8 Liter. Zudem wurde auch immer wieder der Akku über den Motor von mir geladen, was jetzt natürlich eher unwirtschaftlich ist. Das sorgt für einen Durchschnittsverbrauch von rund 11-12 Liter im Durchschnitt, bis der Akku voll ist. Deswegen sollte man das auf alle Fälle vermeiden. Warum habe ich das getan? Weil ich schlicht und ergreifend keine Wallbox zu Hause habe und eben das System entsprechend testen wollte. Wenn man dann eine Ladesäule in der Nähe hat, dann ist es natürlich so ein Thema, läuft man da hinten und wartet, bis der Akku voll ist. Oder hat man eben die Möglichkeit, zu Hause über eine Schuko-Steckdose den Wagen über am Abend voll zu laden. Da solltet ihr auf alle Fälle darauf achten, dass ihr das nutzen könnt. Wenn ihr es denn nutzt, schaut aber mal rein, wie die Unterschiede sind. Ich hatte eine Verbrauchsfahrt für euch da draußen gemacht. Da sind wir mit leerem Akku gefahren, die Strecke. Und dann anschließend auch mit, oder vorher mit vollem Akku und dann anschließend mit leerem Akku. Und da schaut mal rein, was da die Unterschiede beim Verbrauch sind. Ich finde es sehr aufschlussreich und zeigt auch sehr deutlich, wo die Reise hingeht. Und jetzt schauen wir einfach mal die Reise zum Fazit. Wir sind angekommen. Hier am Ende zum Fazit mit dem Peugeot 508 Hybrid diesmal. Und der Hybridantrieb macht echt eine gute Figur, läuft angenehm. Das Zusammenspiel zwischen Benzinmotor und Elektroantrieb funktioniert einwandfrei. Das einzige Ladezeit ist für mich immer bei einem Plug-in Hybrid so ein Thema. Er müsste etwas schneller einfach wieder laden, sodass man auch an der Schnellladesäule vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Energie reinkriegt. Dann wird man den Wagen vielleicht sogar noch häufiger elektrisch nutzen. Ganz klar, elektrisch nutzen müsst ihr den Wagen, damit er effizient läuft. Und damit ihr auch die Förderung von 7.177,50 Euro zurecht bekommt auf den Listenpreis von 53.990 Euro. So wie hier steht, braucht ihr nur die Einstiegsvariante, dann liegen wir bei 44.800 Euro als Allure. Mir hat er gut gefallen. Immer noch der Meinung, das ist das schönste Mittelklasse-Fahrzeug, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Als Kombi finde ich ihn sogar noch ein Ticken genialer. Aber das dürft ihr mir jetzt unten in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr denn nehmen? 508 als Hybrid, als Diesel, Benziner, Kombi, Limousine. Da seid ihr jetzt gefragt. Eure Meinung unten in der Kommentarbox. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne das Ganze abonnieren, liken, teilen und die Abo-Glocke nicht vergessen, sodass wir uns möglichst bald auch wiedersehen hier auf dem Kanal. Ich sage vielen Dank fürs Reinklicken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.